Das grosse Tafelraten mit dem Midi und dem Guy, präsentiert von Chocolat Frey! Guy, du siehst ja so frisch aus heute. Wirklich? Nein. Dein Grossvater hat gerade angerufen, er will seine Falten zurück. Das war jetzt aber gemein, das hat mich sehr trüfft. Aber Guy, das war doch nur ein kleines Scherz. Das betrifft dich doch gar nicht. Doch, doch, du hast schon recht. Du hast schon einen Nagel auf den Kopf. Trüfft. Guy, kann das sein, dass du das Wort Trüff in jedem Satz einbaust als Hinweis? Voll Trüffer. Kannst du irgendeinen trüftigen Grund, wie wir da wieder rauskommen? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber Midi, wie wäre es mit einem Freeze? Gute Idee.